Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der Cress Garage. Heute soll es um diesen wunderschönen Stapel gehen und wir sind wieder bei der RC AG, die ich hier mit dem J zusammen starte. Es geht darum, dass wir einen Aufruf gemacht haben und wir haben Spenden, Sachspenden von euch gekriegt. Da sind einige echt coole Sachen bei. In diesem Video machen wir ein Unboxing von den ersten Paketen, die angekommen sind. Wir gucken uns alles an, was da von euch geschickt wurde. Danke dafür auf jeden Fall schon mal. Wir können richtig schöne Sachen, glaube ich, hiermit starten. Insgesamt wird es ein ziemlich cooles Projekt in dieser Schul AG. Hier seht ihr nochmal, auf was für Basis wir das Ganze aufbauen wollen. Aber jetzt erst mal viel Spaß mit diesem echt wunderschönen, total coolen Unboxing. Danke dafür. Wer will den Anfang? Ich. Aber du willst mit dem Kleinen anfangen, ne? Wir fangen ja oben an. Ja, okay, ich will. Ich geh das mal da hin. Das Paket von Christian Kippstein. Ja, Kippstein. Ah, geil angegriffen. Fernsteuerung. Professionelles Verpackungsmaterial. Oh, gerade ein Rieckler, einen schnellen Motor. Sensor gesteuert. Ja, wir machen uns hier noch freuen. Und den Empfänger. Und den Empfänger. Cool. Also noch eine schöne LRP-Fernsteuerung. Gibt es auch von Carson genauso. Das ist gut, kannst du alles einstellen. Steuerung, Trim. Und ein LRP, was ist das? 17. 8,5-Turn. Okay. Für Buggies, richtig schnell. Und gleich. Fahrt, Marika. Cool. T-H-A-N-K-Y-O-U. Thank you. Thank you. Das Paket von René Kunert. Ja, sehr gut. Ähm. Schönen Neon-Green 190 E-Bands. Eine Carson-Fernsteuerung. Oh, ein ganzes Auto noch dabei. Und noch ein Auto dabei. TT-02-R mit Tuning schon verbaut. Und noch die andere. Und ein Ford Mustang. Oh, geil. Sehr cool. Oh, noch Reifen. Vorne. Ach, Reifen und Ersatzteile noch. Eine Batterie. Eine Batterie-Po. Einen Fingervornein. Und noch eine Batterie. Sehr cool. Ja. Das heißt, der sieht ja schon mal sehr cool aus. Das ist so eine Rennversion von dem, die wir uns hier besorgt haben. Also schon für eine Klasse Höhe. Tuning, alles was er braucht. Also ein paar Schrauben könnte man mal austauschen. Ja, ja. Und auch die mit der Carson Combo schon. 12T Brushless Motor. Vielleicht können wir die Sachen gleich zur Seite ziehen. Ja. T-H-A-N-K-Y-O-U. Thank you. Thank you. Von wem ist das jetzt? Von Thomas Wilgomas. Dankeschön. Na ja. Max Slash, wenn nicht nötig gewesen. Was er wohl seiner Frau sagen musste. Wer muss das loswerden, damit er was Neues haben durfte. Ja. Aber was ist jetzt so? Das ist gerade erst in Dortmund auf der Messe vorgestellt worden. Der ist nagelneu, ja. Das ist wunderbar. Große Spannung. Ist einer drin? Ich hoffe. Jetzt fallen die ganzen Krimel in deine Tasche. Ah. Oh. Nein. Nein. Zwei Empfänger, ein Motor, eine Fernbedienung. Ach so. Ne, nur einen. Ne, zwei Empfänger. Zwei Motor. Ne, das könnten zwei Autos sein. Da ist noch ein Karton mit drin. Sechs zu an. Hier geht's auch auf Speed. Da sind zwei Autos. Und hier ist noch ein Paket. Ich glaub, das wären drei Autos. So. Ein kleiner aufgebaut. Ein zweiter kleiner. Zwei Fernbediener noch dazu. Boah, der hat sein ganzes Jahr das Einkommen dafür ausgegeben. Ich könnte mal grad helfen, den Karton rausnehmen. Ich glaub, der ist jetzt leer, ne? Noch Styropor dran. Styropor kann eh weg. Auch man nicht. Unnötig. Boah, geil. Nee, doch nicht. Boah. Oh, der ist gar nicht. Oh, der ist richtig geil. Ich weiß nicht, wo ich den jetzt halten wollte. Oh, okay. Hier noch ein paar Sachen dazu. Ersatzteile. Da ist noch ein Servo, den kannst du noch mal rausnehmen. Auf jeden Fall in der Tüte. Oder ist das, ne? Ist ein Akku auch, ne? Ja, ist ein Akku. Hier noch Federn. Und unten runter auch noch Ersatzteile und Aufkleber. Wie sehen die Felgen aus? Die gelben aus? Ja. Ich probier's so gerne, da da alles mitnehmen. Jörg, wir wollen hier mal reingucken. Was ist das? Original sind Gleitlager dabei. Aber man verbaut meistens Kugellager, weil die einfach leichtgängiger sind. In Silber sieht's ja auch gar nicht so schlecht aus, ne? Man. Du schaffst es. Ja, mit dem Finger. Und jetzt musst du die andere reinstecken und ziehen. Heben, hab ich mal raus. Jetzt kannst du abnehmen. Aber da fehlt einer, oder? Ja, genau. Da sind die Reifen noch. Ansonsten auch hier TT02. Mit dem Stoßdämpfer-Satz. Der kostet ja alleine 80 Euro schon. Die Öldruck-Stoßdämpfer sind ja die blauen. Das ist das Ersatz. Die liegen alle im Außen drin. Auch hier sehr cool. Alter Tamiya-Stecker. Das werden wir auch noch. Wegschmeißen? Ne, nicht. Achso, ich dachte, weil der abgehängt ist. Ne, ne. Cool. Und was haben wir hier noch? Auch noch Akkus drin? Ja. Und da sind auch noch zwei Pakete. Ja. Und da sind auch noch zwei Pakete. Was in den O-Tappen drin ist. Echt cool, dass die das so schicken. Das war mehr als hier mit Aero-Packen. Ein kleiner 1,16er ist der wahrscheinlich, ne? Gebürsteter Motor. Aber schon. Ich glaube Akkus. Zwei S-Lipo drin. Ein lustiges kleines Teil. Für die Regentage. Genau. Für den Spaß-Parcours. Okay, gut. Ein Empfänger und Servo-Kombi. Ein Fahrtenregler, Empfänger und Servo-Kombi. Wir können kurz danach ausprobieren, ob der hier voll ist. Der voll ist der Akku. Wir haben das nächste von dem lieben Herrn Andreas Lange. Nee, wir müssen jetzt alles wieder einladen. Geht hin? Der ist tot. Der ist krass. Mit einer Futaba. Wenn die Fallschlange da drin ist, dann... Ja. Oder so richtig ordentlich was drin. So zwei Autos drin. Schöne Karosserie, AMG. Mit einer der schnellsten. Weil sie auch den größten Spoiler hat in eurer Klasse. TT-Gestell. TT-01, genau. Auch noch als Roller. Und noch neu. Na, der neu. Wahnsinn. Und hier noch ein schön Audi. RS. Das ist noch eine alte Karosserie. Das ist ein DL. Ein Scheibenwischer. Allein das Chassis unten ist ein Klosche, glaube ich. Interessant. Okay, doch nicht das drin, was hier auf der Verpackung stand. Der war auch sehr cool. Und das macht zwei Koffein Ligahertz. Ligahertz, glaube ich. Oh, warte mal. Das ist ja Vintage. Richtig gut. Vor allem, da steht noch Maya auf dem Auto drauf. Hat er seinen Fahrernamen drauf? Oder wie meinst du das? Der ist klar. Aber da ist ja keine Reifen. Da können wir die gelben Reifen benutzen. Zum Beispiel. Ja. Oh, ihr habt ja was richtig. Einen alten Kyosho. Ja, das können durchaus sein. Aber mit dem... Ich kenne die Fahrgarten, die da sind von Kyosho. Ja. Mechanische Fahrgartenregler. Und noch ein Kühler für die Widerstände. Hammer. Ah, ich höre die alteingesessenen von euch aufschreiten. Also, nochmal auf Anfang. Das ist kein Kyosho. Das ist zum Beispiel der Graupner oder von Traxxus der Sportstreet. Das Chassis gab es sozusagen in beiden Ländern. Baugleich. Kam als Rage-Runge-Modell. Und es gibt verschiedene Modelle damit. In den USA ein bisschen mehr auf Nesca gemacht. Hier mehr auf DTM. Und zivile Fahrzeuge. Schönes Teil. Danke dafür. T-H-A-N-K-Y-O-U. Thank you. Thank you. RC-AG. Jo. Also von Schaden Flechtner. Ja. Als erstes haben wir eine Fernsehgebühr. Ja. Das ist schon mal gut. Ja. Können wir gut mit fahren. Da steht GT2, oder? Einen sehr großen Teil Ersatzteile. Alte Motoren. Einige Motoren. Sehr, sehr viele Motoren. Was nach einer Motorensammlung hast. Ja, ne? Ja. Kann auf jeden Fall. Ein paar seltene Beschnitt dabei. Ja. Sehr gut variieren, ne? Oh. Ein Käfer. Ein Käfer. Aber ein schöner. Alter. Ist doch geil. Aber der passt sogar auf einen TT01 drauf. Ja. Den haben wir noch zu Hause noch. Uiuiui. Oh. Das ist schon Richtung Oldtimer-Sammlung hier, ne? Ja. Eine Felge. Oh. Sehr große Reifen. Der aufbaut, ne? Ja. Sehr schicke aber auch. Ja, da runter sieht man schon die fetten Reifen. Ich glaube, der hat ein viel verkratzt, aber der ist. Der lässt auch. Wenn man das selbe allein findet. So eine Corvette. Ja, eine Corvette. Aber ganz schön breit. Ohne Reifen. Ganz zu. Der muss noch aufmachen, glaube ich. Also. Ja. Oder der fährt die so breit als Hochgeschwindigkeits-Karosse. Ich glaube auch. Weil die ist eigentlich breiter als ein 19. Ja, weil die zu ist wahrscheinlich, ist schon so top speed. Natürlich zum Lenken vorne doof, ne? Wenn das Rad rauskommt. Aber wenn du ein Rad ausfahren willst, dann fahr ich das ja. Oh, sehr geile Felgen. Die sehen sehr gut aus. Die sehen sehr gut aus. Die sehen aus wie für Formel 1. Aber überall sind die Felgen drin. Aber eine Rädersammlung. Im Papier ist noch was drin, oder? Hier ist noch was drin. Alles. Das ist passendes Fahrzeug. Ohne Räder, ne? Haben wir aber nicht. Ja. Noch mal eine Fernbedingung. Und noch eine. Genau. Wir haben mehr Fernbedingungen als für Autos. Zweimal. Sehr cool. Wenn auch ihr sehen wollt, wie es mit der AG hier weitergeht, wie wir auf diesem Platz einen Rennkurs aufbauen, dann lasst auch gerne ein Abo da. Wenn auch ihr uns vielleicht mit einigen Spenden unterstützen wollt, Kontakt kriegt ihr über Jörg. E-Mail-Adressen sind eingeblendet. Ansonsten sage ich jetzt noch Tschau und Tschüss. Bis bald. Euer Kress.